Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, heute machen wir wieder einen besonderen Film, einen Fahrfilm, und zwar mit dem EC28 Johann Strauß um 1987. Und zwar bestand der Zug damals aus ÖBB-Wagen in C1 lackieren, also in der orangefarbenen Eurofima-Farbe. Und das Besondere war auch, dass dem Zug beigestellt worden ist oder angehängt worden ist zwei Postwagen und ein Gepäckwagen aus Deutschland oder für Deutschland. Und zwar ein Postwagen war für Hamp bestimmt und ein Postwagen war für Münster bestimmt. Und ein DMS, also ein Gepäckwagen, noch für Osnabrück. Vorne dran natürlich eine 103. Und die Relation von Wien nach Köln. Und ab Köln sind die Postwagen eben weiter befördert worden. Ja, viel Spaß mit dem Video. Like und Abo nicht vergessen. Viel Spaß. Ciao. Ja, also gesagt. N 건� ejemplo. Vom Wien nach Köln. Ja, zum Ende. Ja, ja. Junge. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.